Hallo, ich möchte euch heute unseren Storm Kit Pro vorstellen. Das ist ein leichtes Core-System, wo eigentlich alles dabei ist, was man braucht für eine Veränderung am Berg oder eine längere Reise. Es passt alles in den Topf rein. Eine leichte Gaskartusche, eine kleine Gaskartusche, die ist aber nicht im Umfang enthalten. Der Brenner, ein Aufsatz für eine zusätzliche Pfanne, wenn man es will, und ein Standfluss für die Gaskartusche, dass das System stabil steht. Ihr könnt jetzt einfach flach die Gaskartusche drauf schieben. Dann kommt zuerst einmal der Grundbrenner auf die Gaskartusche. Das Grundsystem hat auch eine Piezo-Anzündung integriert, also ihr könnt das ohne Feuerzeug oder Anzünder anzünden. Wenn ihr jetzt noch eine Bratpfanne dabei hättet, könnt ihr hier noch zusätzlich mit diesem Aufsatz eine Pfanne verwenden. Oder wenn ihr diese nicht benötigt, könnt ihr in einem normalen Topf einfach hier drauf drehen. Ihr könnt auch die Speise zubereiten. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr einfach wieder den Topf runterdrehen und euch irgendwo gemütlich einsetzen und eure Suppe, eure Nudeln, euer Reis, was auch immer, genießen!